So Männer, ganz kurz hier, euer Plan für heute Abend ist welcher? Abriss. Abriss, okay. Und ihr! Ja, liebe Dani, erst mal Königin in deinem Leben. Fühlt sich erst mal wie an, in einem kurzen Satz? Geil. Fühlt sich geil an. Geil ist jetzt wirklich ein kurzer Satz. Was ist das Geilste am Königin sein? Also die ganze Party, Stimmung, alles drumrum. Lendrings sind der dritte Zug, ihr mit eurer Musik. Würdest du irgendwas anders machen bei deiner? Nein, nein, nein. War irgendwas, wo du sagst, das hätte jetzt echt nicht sein müssen? Der kalte Wind. Der kalte Wind. Sehr schön. So, okay, für heute Abend hast du folgendes vor, Doppelpunkt. Wir sagen Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Wir sagen Dankeschön, wird sich eigentlich mit was. Und dass wir heute wieder hier singen, das für manche, die du freust. Wir glauben selbst genug, wird sich eigentlich mit was. Du bist zum ersten Mal im Leben, König. Ja, das ist wirklich. Zufällig oder mit Absicht? Mit Absicht. Mit Absicht, ja. Würdest du, das Geilste an dem ganzen Fest bis heute war? Ja, das Laub holen letztendlich bei uns immer. Oh ja, genau. Ihr habt so lustige Bräuche. Und das Schießen an sich war auch schon... Ja, ihr habt so tolle Bräuche hier in Lendricks, ne? Ja, ja. Wir haben alle hier. Alles zusammenlassen. Dein Plan für heute Abend ist welcher? Ja, nochmal gemütlich antreten können. Ja, ich hab gemütlich antreten können. Entschuldigung, ich suche mal den dritten Zug hier. Ist ja hier irgendwo. Du suchst den dritten Zug, aber der zweite Zug ist der schönere. Ja, oder der zweite. Ja, egal, oder der zweite. Komm rein. Ja, ganz kurz. Lieblingslieder? Ja, Flippers. Ach, Jungs. Ich würde mich nicht immer ärgern. Das ist das Zweitlieblingslied, dann. Das ist eine Verteidigung, ne? Das ist auch richtig. Irgendwas von der Onkelzwerg an Schoben. Ja, okay. Da kriegen wir auch noch hin. Okay. Wunderbar. So, ja, sieht ihr gut aus. Ich sag mal, Prost, ihr Säcke. Prost, du Säcke! Es gibt kein Bier auf Hawaii, das ist kein Plan. Ja, und das ist ja dein Lied, das Lied. Nein. Ja, natürlich. Und hier auf Hawaii, es gibt kein Bier, drum fahren wir nicht nach Hawaii, drum bleiben wir Säcke. Das ist ein grünes Licht von unten. Luisa, grüße dich für unseren Kanal. Du hast gute Laune. Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Immer. Am heutigen Schützenfest wirst du Folgendes Besonderes machen. Mit Cordula-Tanzen. Mit Cordula-Tanzen. Na, da freue ich mich ja schon persönlich drauf. Die haben mich schon gerade angefasst. Wie lange wirst du diese Schuhe tragen können heute? Ich weiß nicht. Ich bemühe mich die ganze Zeit. Aber wir schauen mal. Okay. Alles klar. Ansonsten warten wir es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß für heute Abend. Hau rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.